Falls ihr euch jetzt wundern solltet, warum ist die Beleuchtung so komisch oder die Belichtung, warum sieht das so komisch alles aus, das kann ich euch ganz genau sagen, es liegt daran, draußen ist es momentan so gut wie fast dunkel und hier drin ist jetzt quasi alles hell, was ich anmachen kann. Mein großes Licht ist an, meine Schreibtischlampe ist an, da hinten weiter ist noch eine Lampe an, deswegen ist die Belichtung heute ein wenig merkwürdig. Und falls ihr euch noch wundert, warum ich so komisch aussehe, ja ich könnte relativ verschlafen aussehen, was daran liegt, dass ich eben noch oder vor ca. einer Stunde ungefähr noch gepennt habe. Ich habe insgesamt noch 3 Stunden heute Nachmittag geschlafen und deswegen sieht das alles ein bisschen merkwürdig aus, aber die 3 Stunden haben eigentlich ganz gut getan und deswegen, das soll uns aber alles nicht vom heutigen Spiel abschrecken. Denn ich habe mir einfach mal gedacht, wir spielen heute eine Runde Zickzack, ich denke mal, ihr kennt das alles von dem Mobile Gaming und jetzt fragt ihr bestimmt, warum spielt ihr das nicht auf dem Handy und warum spielt ihr das auf dem PC und das kann ich euch ganz genau sagen. Denn ich nutze ja quasi den kostenlosen Recorder fürs Handy und das ist ziemlich kacke, weil das relativ schnell verzögert alles ist und ich kriege die Aufnahme eigentlich kaum noch wieder hin, wo man sagen kann, jetzt ist es eine vernünftige Aufnahme, die man sich auch als Zuschauer geben kann. Es funktioniert einfach nicht. Ich habe sogar schon angefangen, ich bin gerade bei 134 und mein Bestes, oh mein Gott, jetzt fange ich, oh es geht schon weiter. Und das Witzige ist einfach erst mal richtig schnell hier, es geht einfach richtig ab hier, zack, 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 zack. Ich denke mal, wenn ihr zickzack kennt, es macht auf jeden Fall richtig viel, mega viel Spaß. So wie ihr seht, steht jetzt hier Continu E25, das heißt, für 25 startet ihr das Ganze eigentlich immer wieder neu, ihr habt ja eure Münzen oder hier seht ihr eure Anzahl der Münzen, ich kann heute überhaupt nicht reden, das ist richtig schlimm. Ich frage mich gerade, warum läuft die Zahl oben weit? Ich kriege hier nichts mehr gebacken, ich habe nur noch 10 jetzt. Mir liegt irgendein Spiel im Kopf rum, wo es um Schnelligkeit geht, was immer schneller wird nach einer gewissen Zeit, ich weiß aber gar nicht, welche Spiele ich meine. Alles klar, jetzt kommt erst mal ein Video, was quasi die Werbung darstellt und das Ganze läuft jetzt noch ein paar Sekunden, aber das ist auch nicht relativ ertragbar oder kann man relativ gut ertragen, weil es ist ein Spiel, was ist kostenlos, obwohl es ist auch so kostenlos, es ist auch in dem, ja, es ist kostenlos eigentlich. So, wie es natürlich nun kommen musste, müssen wir jetzt schon vorne anfangen und das Ganze ist jetzt tatsächlich langsamer als eben, jetzt habe ich mich wieder verklickt und ich habe aber 302 und ich habe jetzt in dem richtigen Handy-Game habe ich irgendwie nur 192, obwohl Nua ist auch übertrieben. Aber es ist auf jeden Fall jetzt langsam, man muss irgendwie darauf gucken, darauf achten, dass man jetzt irgendwie sich hier relativ gut hält. Es gibt ja auch, glaube ich, dieses andere Spiel, was ich auch nochmal unbedingt spielen wollte, ich komme jetzt, ach ja, Circle heißt es, vielleicht spiele ich auch mal Circle demnächst. Das ist auch eigentlich relativ geil. Wie gesagt, ich wollte es eigentlich auch gerne auf dem Handy spielen, warum habe ich da jetzt, warum? Ich wollte es eigentlich auch unbedingt auf dem Handy spielen, aber es ist einfach, ich muss mir irgendwie mal gucken, was ich da mache zum Thema Aufnahmeprogramm. Wenn ich rede, kriege ich einfach nichts gebacken. Ihr wisst ja, ich habe vor kürzerer Zeit schon mal ein Mobile-Game aufgenommen und zwar habe ich das mit diesem Recorder gemacht, aber zum Schluss war es eigentlich relativ nervig einfach, weil das alles verzögert war und irgendwie das Gefühl gab, man kriegt das gar nicht mehr hin, man konnte es richtig zurechtschneiden, aber es war einfach dann irgendwie merkwürdig. Und deswegen habe ich mir einfach überlegt gehabt, ich zocke es einfach mal auf dem PC, wenn man schon auf dem PC zocken kann und das ist eigentlich auch ganz witzig und wir haben jetzt noch vier Sekunden Werbung und dann geht es weiter mit Zickzack. Man kann sich übrigens für 50 Münzen, hat man die Möglichkeit hier, sich ein Auto irgendwie zu kaufen, sehe ich jetzt gerade, aber was bringt mir das, wenn ich jetzt, ach ich kann mehrere Sachen freischauen, aber ab wann kriege ich die denn? Hier ist gesperrter, ich habe noch sechs gesperrte Dinge und jetzt kann ich mir für 50 Münzen, könnte ich mir ein Auto kaufen. Man könnte ja quasi sagen, ich fahre auf Wasser, auch wenn das eine komische Art oder eine komische Darstellung von Wasser wäre, aber man könnte es sich so ungefähr vorstellen und links und rechts sind dann die großen, was könnte so tief sein, so einen Abgrund darstellen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Berge. Macht euch keine Gedanken, ich rede schon wieder so ein wirres Zeug hier rum, es ist einfach nicht mehr normal, es ist einfach nicht mehr normal, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass keiner die Videos mag, weil ich rede einfach zu viel Blödsinn. Das sind genau die gleichen Stellen, die ich bei dem Mobilen genauso hasse, diese ewigen Zickzack, und man kann diese Zickzack-Dinger irgendwann nicht mehr, man sieht das irgendwann nicht mehr richtig. Kennt ihr das irgendwie, wenn ihr irgendwas anguckt oder wenn ihr sowas spielt zum Beispiel und ihr seht das irgendwann nicht mehr richtig und fallt dadurch einfach runter, weil man sich so optisch täuscht, weil man hier halt so zugange ist und im Hintergrund wechselt einmal dann die Farbe, weil ihr eine gewisse Punktezahl erreicht habt und sowas. Genauso wie hier mit dem Münzen, da wechselt auch immer die Farbe dann, dass es jetzt hier Münzen sind, bei dem anderen sind es ja glaube ich irgendwie, stimmt, hier bei dem normalen Spiel sind es solche diamantartigen Symbole und ich habe jetzt gerade den einen Highscore von 192, ich weiß gar nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt. Ich möchte mir jetzt eigentlich gerne ganz viele Münzen noch holen, weil die Münzen gehen mir schon wieder zur Neige, aber ich kriege nichts gebacken, weil ich jetzt schon wieder bei 25 Münzen bin, ich habe meine letzten Münzen eben verbraucht. Es ist quasi so, wenn ihr die Münzen aufgebraucht habt, fangt ihr einfach ganz normal von vorne an und ansonsten würdet ihr die ganzen auf eurem Highscore aufbauen, das finde ich eigentlich, das ist auch ganz witzig eigentlich. Aber macht das Ganze wiederum leichter, weil wie ihr seht, ich habe einfach mal über 300 und bestimmt ist es echtes Geld und die Rechnung kommt in den nächsten Tagen reingeflattert. Oh, ich würde mich so ärgern. Ich möchte jetzt noch einmal in meinem Leben ein wenig Münzen sammeln und zwar, dass ich sie auch verwenden kann, weil die letzten konnte ich nicht richtig verwenden, weil ich sie immer gebraucht habe, um wieder neu starten zu können. Das ist auch einfach so ein Spiel, wo man einfach mal genau gucken muss und im richtigen Moment drücken muss und das mag ich einfach und das mag ich auch genauso an diesem Spiel hier, nur dass ich hier gerne länger überleben würde und möchte, aber das ist einfach gar nicht so einfach, wenn es so schnell wird. Es wird einfach immer schneller und man kommt gar nicht mehr mit. Ich würde mal sagen, hierbei belassen wir es einfach mal. Ihr seht, ich habe jetzt bis 300, 2 bis das Ganze schon geschafft. Ich hatte ja vorher schon mal kurz das Ganze angetestet, damit ich nicht ganz so blöde rangehe, obwohl wie ihr gesehen habt, ich habe es trotzdem nicht hinbekommen, obwohl ich es schon mal angetestet habe und ja, hat mir dann doch irgendwie nicht allzu viel gebracht. Ich werde es noch weiterhin auf meinem Zahnfleisch kriechen und dann sehen wir uns ganz normal morgen wieder, was labere ich ja eigentlich. Tschüss! Was mir gerade eingefallen ist, ist die Musik, die hier die ganze Zeit im Hintergrund läuft von diesem komischen Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr sie hören könnt. Ich finde sie ganz witzig. Tschüss!